Junge! Schubst dich nicht. Alter, die können ja herunterschubsen, was ist das für eine Scheiße? Mario ist zu dick für so eine... Und damit ein herzliches Willkommen an alle Player Getter-Hipsters da draußen mit mir, den Manager von Player Getter. Und hier mit mir, den Thomas. Der Dimm durfte heute mal die Begrüßung machen. Sehr schön. Ich nehme Todd. Ne, warte. Ich habe keinen Bock auf Todd. Ich nehme einen Ball in die Idee. Wen soll ich nehmen? Todd fickt alle. Weiter. Mach ich weiter, okay. Jetzt nehmen wir... Schon wieder Pilzpark? Nein, aber du musst so wechseln. Gruselig. Spuf. Spielstab. Ja. Sie sind alle drausziehen. Sogar meinen besten Freund rausgeschmissen. Ah, da hat Kili was Schönes gemalt. Er hat mich gemalt. Und Philipp ist auch Künstler. Picasso. Sehr schön. Hashtag läuft. Schön, dass du lange... Ich will diese Scheiße überhaupt nicht sehen. Das will keiner. Weiter. Weiter. Spukfahrt. Willkommen bei Mario Party. Du trischt. Trischt auf dem Spiel. Ich will vorlesen. Ja. Okay. Reihenfolge. Come on, baby Todd. Boah, nee. Boah, Mario. Ja, aber du bist Zweiter. Ja, gut. Und ich Dritte. Ja, das verdienst du auch, weil letztes Mal war es echt gemein. Ja, du bist Letzter geworden, ne? Weil ich zu viel Skill hatte. Go, Mario. So. So. Eine Drei. Ja. Sieh auf das Gamepad. Auf den Schlössern finden sich alle Wurzelzahlen wieder. Wow. Bowser wird von fünf weiteren Schlössern in seinem Käfig gefangen gehalten. Wurden alle geöffnet, wird es brenzlig. Das wissen wir, Bro. Ja, weißt du, du kriegst... Ah, sehr schön. Weißt du, du kriegst gleich drei Sterne in den Arsch gepumpt. Weißt du, wegen nichts. Sehr schön. Das Spiel meint es gut mit mir. Nee. Behindert ist es. Das hat nichts mehr mit Können zu tun. Okay. Rolltippen, rolltippen. Fünf. Fünf, sehr schön. Super, Jungs. So, drei verdiente Sterne. Ja, verdient, ne? Wo gehen wir lang? Nee. Hab ich keinen Bock drauf. Soll ich Ereignisfeld? Na, schau, was passiert. Ja, jetzt kriegst du auch noch fünf Sterne. Wenig nichts. Ja, ich bin Waloiti. Ich bin groß. Und noch ein Spezialwilfeln. Ja, unverdient. Sehr schön. Hab ich keinen Bock drauf. Ja, weißt du, der kriegt wieder alles in den Arsch gepumpt. Ja, ja. Jetzt kommt, jetzt ist der Boss dran. Ich würfel eine Sechs. Ey. Rolltreppen, 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 rolltreppen. Sechs. Deine Mutter hat auch eine Eins. Egal, es ist ein Minispiel. Ja, ich werde gewinnen, weil ich es sage. Ja, vier. Alle gegen alle. Jeder gegen jeden. Jeder gegen jeden. Ja, weiß ich, du führst wieder wegen nichts. Oh, nee. Bienenblockade. Da musst du so ausweichen. Ah, das kann ich nicht gut. Du hast zu wenig Super Mario Bros. gespielt. Du musst den Bienen ausweichen mit Steuerkreuz lenken und zwei springen. Okay. Ja. Steuerkreuz lenken und zwei springen. Ja. Statt. Dann wäre nützlich. Come on, baby. Ja, drück okay. 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 Ja, auch zwei, ja. Ja, ich bin nicht da. Schwert gewinnen. Schwert gewinnen. Schwert gewinnen. Schwert gewinnen. Ach. Es sind die Blöden. Ja, weil sie haben Glück. Weil die dummen sind, haben die Glück. Ich habe gar nicht durch. Ah. 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 Ah, wo? Alter, Junge. Blöde. Boa, Alter. Nein. Oh, Junge. Du Homo. Komm, 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 komm. Du bist auf, du bist auf mich gesprungen und deswegen, oh, Alter, ich könnte jetzt den Kontrollhörner Kopf ziehen. Du hast doch einen Platz mehr als ich. Ich bin dritter oder zweiter. Ja, aber ich wäre erster geworden mit Wario. Aber du bist ja auf mich drauf gesprungen und hast mich in die Bienen geschubst, sozusagen. Entschuldigung. Ja, am Arsch. Daisy ist dran. Suckerino. Come on, eins, ja. Schön gewürfelt. Du, der wird jetzt zwei würfeln und du wirst ihm Sterne wiederbekommen mit mir. Wäre echt schön. Hat er Glück gehabt. Richtig gemein, das Spiel. Ja. Ist ja nicht so, als wenn du die Hälfte der Sterne irgendwie in den Arsch gepumpt bekommst. Weißt du, früher musstest du dir alles erarbeiten. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Oh. Hast du was gut gewürfelt? Krieg Sterne. Ja, weißt du, jetzt würfelt der noch eine vier, wetten wir. Hoffentlich, hoffentlich. Oh, das ist doch gemein. Warm, Junge. Ist doch scheiße. Wenn ich krieg die fünf Würfel, äh, Sterne. Ja, hoffentlich nicht. Doch. Ach, schon wieder so eine Würfel. Weißt du, selbst wenn ich eine Eins würfel, krieg ich die Sterne. Vorsicht vor dem Wu-Hu. Gruselig. Come on, baby. Boom. Oh, diesmal in zwei. An doch zum Schluss wird geknackt. Ja, leider. Ist ja egal. Wir dissen ihn. Wir schmeißen ihn vom Liedern in Riesen. Come on. Oh, so ein Gammelwürfel. Ja, egal. Irgendwann werde ich ihn gebrauchen. Schätzungsweise. Daisy. Ne, drei. Ja, aber mehr als ich. Unfair. Uh, was passiert jetzt? Gruselig. Gruselig. Ja, vier, fünf, sechs Würfel. Hätte ich irgendwas auch gebrauchen können. Ja. Was ist das? Sieht aus, als wäre hier eine Minispielbox versteckt. Chorall. Zwei gegen zwei. Hoffentlich sind wir zusammen. Ja. Ist mir Wurst. Oh, ich bin mit Daisy zusammen. Hahaha. Oh, bitte. Oh, nee. Ich wollte Fuß. Oh, ich hasse das Spiel. Da musst du die Viecher immer rüberschlagen. Egal. Ja, es geht schon. Seitlich. Okay. Mit eins. Oder zwei auf die Seite des anderen. Ja, drück zwei. Okay. Sollte geht's. Ich bin müde. Come on, baby. Wario, wir schaffen das. Die Boxen, die. Die Boxen. Oh, komm, komm, komm. Oh, nee. Rüber damit. Ist irgendwo ein Time-Under. Da unten. Hahaha. Oh, man. Nein. Nicht alles. Oh, nicht alles rüber. Macht doch. Macht doch. Was macht Daisy eigentlich? Oh, come on. Nein. Oh, wo ist mehr? Wo ist mehr? Wo ist mehr? Oh, nee. Das war richtig. Nee, warte. Hä? Oh, ich hatte einen mehr. Oh, komm schon. Ey, nur wegen Daisy. Hätte ich mal allein gemacht. Boom. Egal. Gegeben. Durch ein paar gute Wirf ruhig, dass wir heute. Ja. Komm. Eine, zwei. Ja. Weißt du, der kriegt jetzt was Schönes. Ab ins Pilz aus. Da wartet schon der Tod auf uns. Du kriegst keinen Würfel. Warum kriege ich jetzt keinen Würfel? Weil du letzter warst. Ach, das ist doch scheiße. So. Dafür bist du wieder ran. Duan. Super. Welchen nehme ich denn? Den nehme ich. Komm. Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen. Eine, sechs. Geil. Ja, jetzt kriegst du wieder Sterne. Ah, deswegen. Oh, oh. Bauer, so noch eine Zahl. Welche Zahl hatten wir noch nicht? Ja, drück A. Ich glaube. Ja. Habe ich keinen Bock drauf. Fünf Sterne. Ja. Suckerino. Guck mal, 28 Sterne, Thomas. Ja, wow. Wegen nichts. Also kannst du alle Minispiele gewinnen und trotzdem verlieren. Jetzt haben die bestimmt extra gemacht, weil kleine Kinder sich immer aufgeregt haben, dass sie verloren haben. Alla, wieso? Du hast sie bereits. Aber jetzt habe ich den guten Würfel gelöscht. Ja, anscheinend. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich würde den nehmen und am besten eine Fünf oder so. Komm. Fünf. Hahaha. Bam, Junge. Jo, ich würde sagen, ich gehe da lang. Ja, acht Sterne. Das ist Skillen. Egal, das erlaube ich dir. Seht mal dort drüben. Wo? Wenn du es bis zu der Straßenlaterne schaffst, kannst du den Bohu loswerden. Okay. Verfolg du uns? Ja. Wenn wir aus solchen Bohu-Feldern kommen, sucht er uns heim. Uh. Gruselig. Ach, ich kriege einen Würfel. Uh. Oh, ich höre ihn. Den. Freue ich nicht. Oh, ich habe meinen großen Würfel gelöscht. Hahaha. Wieso kriegt ihr jetzt ein minus eins? Null Sterne. Hahaha. Ja, das ist Skillen. Oh nein. Was tut er jetzt? Er fickt unser ganzes Leben. Oh oh. Bowsers frei. Zum ersten Mal. Jo. Wieder Daisy. Du hast mich befreit. Dafür schnappe ich mir ein paar Frauen ein. Die hat noch niemals Sterne. Machst du hast gar keine Mini-Sterne? Das ist ja unglaublich schwach von mir. Hoffentlich komme ich jetzt nicht dran. Ich werde jetzt ein paar Bowser-Felder auf dem Spielfeld verteilen. Damit es alles spannender wird, okay? Spuckt der Felder oder was? Was hat er gegessen? Scharfes Ding. Wow. Ist das für uns alles schlecht, wenn jetzt einer auf so ein Feld kommt? Nö. Doch, kann sein. Ah, das ist natürlich blöd. Und es kann schlecht werden. Ja, kriegt einen langsamen Würfel. Wenn die aufholt, bockst ich das Spiel. Aber es ist doch wirklich so. Oh bitte, keine Eins. Ich habe nichts gemacht. Das ist Wario. Oh, ich bin schon bekloppt. Der Geist ist jetzt weg. Das Licht von der Straßenlaterne hat den Behu vertrieben. Das Licht war zu gruselig für den Geist. Yo, Homie. Was geht? Mini-Boss-Kam. Sehr schön. Ja, der ist so mini. Geil, du mal. Come on, baby. Oh, nicht. Oh, nee. Mann, ich will das auch nicht. Nein, nicht das. Nicht das. Ich habe das Spiel. Ich mochte das Spiel. Alter, was hat der für Augenringe? Der hat ja fünf Tage lang nicht gepennt. Jetzt drück auf weiter. Start. Wir werden das schaffen. Naja, ich. Hihihi. Okay. Das. Der Sinn des Spiels. Alter. Ist es ja? Wie komisch, einen Kugelwillis auf Karten zu sammeln. Je mehr Kugelwillis man hat, desto besser ist es. Ich habe auch so einen Kugelwilli in meiner Hose. Komm. Ja, am Arsch. Ich muss lachen. Ach. Wie das? Ja, der. Was machst du denn da? Ich habe auch. Nein. Oh, ich mag das Spiel nicht. Ja, ich habe ja. Aber einer hast du bekommen. Boah, der ist nicht so dumm. Ich habe jetzt auf deine Hand geguckt. Ja, meine ist rot. Deine blau. Ja. Ach, scheiße. Ich habe nichts mehr gemerkt. Ich nehme das. Oh, bitte kein Hammer. Ja, nice one. Ach, Gott sei Dank. Ey, die sind so dumm. Aber das können die eigentlich. Wir müssen mal eine neue Computerstärke freischalten. Gibt es die auch? Ja. Gibt es auch meisterlich. Dann wäre nie total gut. Super, Jungs. Alter, das macht er extra. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja. Oh, Mann. War mir und ich muss mal andere merken. Ja, musst du auch. Ich merke mir immer zwei. Ich kriege jetzt bestimmt so einen Doppelhammer. Nein, nein, gibt es erst in der letzten Runde im Rage-Modus. Ja, mit meinem... Ja. Ja, Mario. Mario ist sogar vor dir. Hat Daisy wieder einen Hammer bekommen? Ja, hat nur Sterne. Ich glaube schon. Da muss man aber schon extrem schlecht sein. Oh, sie hat einen Punkt. Aber du bist immerhin vor Daisy. Ja, das ist gut. Und? Mario zieht mit dir gleich. Einen Rage-Modus. Er macht einen Rage-Quit. Come on, Baby. Los. Meine Karte. Wie irgendeine Doppelkarte fliegt wieder weg. Ja. BAM, Junge. Egal, der hier. Ha. Ja, das war auch ein Zweier. Das war ein Zweier, ne? Ich weiß auch noch, wo ein Zweier ist. Glaube ich zumindest. Wie schaffst du es, so schnell zu drücken? Jahrelange Mario spiele. Ach, Gott sei Dank, wenn die ausgetauscht. Gott sei Dank. Es gibt nur zwei Karten. Ja. Das ist meine Hand. Man gerät immer voll in Panik, wenn die Hand weg ist. Bestimmt, wie ich meine jetzt... Ey, das machte doch extra beide Dreierkarten weggeflogen. Hast du dir eine gemerkt? Scheiße, ich glaube. Oh, nein. Oh, warte, das war die. Ich bin mir sicher, dass das ein Zweier war. Glaube ich zumindest. Hoffentlich habe ich keinen Hammer oder so. Ich meine, ich hatte einen Zweier. Ja, Daisy ist auch schlecht. Die hat auch einen Zweier. War am, Junge. Ich glaube, wenn du dich konzentrierst, kriegst du Mario. Klar. Komm. Oh, wehe, beide sind wieder weg. Ich boxe den. Ich steuere Torte um der Box den. Ja. Okay, das wird wieder spannend. Aber du hast einen Zweier bekommen, ne? Bring dir aber nichts. Bam, Junge. Egal, ich habe genug Sterne. Ja, du bist Zweiter. Ende. Ich brauche noch irgendwas zum Synchronisieren, ne? Wie meinst du das? Ja, mit der Tonspur. Achso. Ja, zu Notörsaltreiten. Ja, aber... Weißt du, FNAF ist auch asynchron ein bisschen geworden, glaube ich. Ich weiß aber nicht ganz genau. Ich glaube nicht, das sind nur meine Reflexe, die so niedrig sind. Dort. Also es fällt jedenfalls nicht auf, meiner Meinung nach. Ja, okay, das ist gut. Ja, aber wenn es nur um eine halbe Sekunde asynchron ist... Ja, das ist auch blöd. Hallo? Okay. Äh... Stürme vorwärts. Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen. Ja, halt Stürme vorwärts. Ja, nach rechts. Mach mal rechts, ne? Oh, schade. Ja! Weißt du, ich krieg's jetzt Sterne. Ah, ich kann auf die große Nase holen. Ja. Drücker A. Muss ich schnell drehen? Ich glaube schon. Ja, muss schnell. Box, 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 box. Box, 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 box. Ja, du kriegst jetzt wieder so viele. Ja! Oh, geil. Boah, zehn wegen nichts. Ja, drei, vier, 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 vier. Wegen bisschen A drücken, ne? Und wenn man skillt, kriegt man... Man! Ich nehm nur einen Dreierwürfel. Ich hab keinen Bock auf das andere. Oh, nee! Ich hätt auch so ein Aktionsfeld bekommen können. Minispiel. Ich mag die Minispiel nicht. Oh, ein Kampf-Minispiel. Da muss man wieder fünf Sterne hinzugeben. Nein! Das ist blöd. Ja, komm. Als ob du acht Sterne schon Vorsprung hast. Ey, so unverdient. Ja, wenn man auf die Nase haut, dann... Ja, dann kriegt man einen Sternen-Arsch gepumpt. Oh, nicht... Nein! Oh, da musst du dir merken, von welcher Sorte die meisten dahergelaufen sind. Nur merken kann ich nicht gut. Boah. Wie willst du sowas zählen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, drück Start. Einfach Glück. Sowas kann man nun gar nicht zählen. Oh. Dot. Wer ist am zahlreichsten? Ja. Wird schwer, ne? Boah. Eins. Drei. Der denkt sich so ein Spiel aus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser Haselnuss-Pilze hier... Ja, glaube ich auch. Nein, 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 nein. Komm mal... Ich hoffe, ich habe gewonnen. Ja. Ja. Ich habe mich nur verzippt. Ja, dann musst du überlegen. Ja, weil... Fünf Punkte Dreck, das ist skillen. Ach, scheiße. Das fängt schon an. Okay. Ja, geh weg. Ja, geh weg. Ich glaube, wieder die Haselnuss, oder? Glaube ich auch. Oder diese anderen. Ja, ist mir egal. No risk, no fun. Ja, Vario, geh weg. Und, 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 und. Ja, bumm, Junge. Super. Super, Jungs. Noch eine Runde, oder? Nee, das war's. Oh, toll. Wieso bist du zweiter? Ja, ich wäre aber... Ich wäre gleich schon, ne? Nein. Echt nicht? Du musst als erstes tippen, um fünf Punkte zu bekommen. Der zweite bekommen drei Punkte. Ja, gut, dann geht das ja. Ja. Saccarino ist dran. Ja, langsamer Würfel. Das ist schieden für mich. Ja, jetzt ein Ereignisfeld. Glück gehabt. Ja, Glück. Zwinker, zwinker. Ja, ich muss ja auch den Baum boxen. Ja. Der arme Baum. Man kann hier auch fragen, ob er ein paar Sterne abwirft. Ja, weiß ja, jetzt hat ich bestimmt auch ein paar. Ja, ich hab zehn bekommen. Ja, weil du Glück hattest. Wario-Time. Wario. Ja, ich bin nur zweiter. Eine Null. Der Glück. Ja, jetzt musst du am Wuhu vorbei. Was ist, wenn ich eine Einswürfel ist das schlimm? Oder keine Einswürfel, hätte ich gedacht. Ja, dann kommst du aus Bowser-Feld. Ja, du kriegst wieder Sterne. Glaube ich zumindest. Ja, komm. Jetzt bin ich erster. Ja, nicht mal nur. Oh, ich krieg gleich noch die acht Sterne. Hättest du ein Zahl mehr gewürfelt. Oh, das ist echt blöd. Ja, alle gegen alle. Jeder gegen jeden. Come on, baby. Du darfst dich schon wieder gewinnen. Todd wird alle rasieren. Ich muss das jetzt gewinnen. Magma-Schmelze. Guck mal, wenn du erster bist, kriegst du fünf. Und auf dem Spielfeld kriegt man mehr. Was ist das für eine Logik? Ich muss unbedingt gewinnen. Halte dich von den sinkenden Plattformen. Ja. Leichter gesagt als getan. Und da kann man bestimmt nicht springen. Ja. Na, egal. Hashtag YOLO. Ein echter Hipster muss das schaffen. Was drückst du da? Achso. Zwei. Aber senkrecht, ne? Genauso wie du es hältst, ja. Come on, baby. Oh, geh doch weg. Wenn jetzt irgendeine Platte sinkt. Boah. Junge. Schubst dich nicht. Alter, die können ja runterschubsen. Was ist das für eine Scheiße? Wario ist zu dick für so eine Platte. Oh, Junge. Ich boxe dich, Wario. Oh, geh doch weg. Oh, Junge. Alter. Yo. Das kann nicht sein. Thomas ist der Sieger. Bam, Junge. Ja, ich bin zweiter. Ja, komm, der ist wie der Erste. Ich hab euch rasiert. Ich rasiert euch deinen Pilzkopf, ey. Junge, dann will ich aber bluten. Egal. Na, Hashtag YOLO. Jetzt kriegen wir noch acht Sterne in den Arsch gepumpt. Das ist eine schöne Welt. Rolltreppen, Rolltreppen. Go, 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 go. Boom. Ja, das ist Skillen. Das ist Skillen, lieber Tim. Ich hoffe, zehn Bowserfelder hintereinander. Ich krieg wahrscheinlich noch ein Ereignisfeld. Oh, warte. Ist das das schlechte Ereignisfeld? Ja, ich geh. Buhu oder schlechtes Ereignisfeld? Such dir das aus. Ich geh nach rechts, dann kriegst du eine Minussterne. Soll ich nicht bin? Ja, Pech. Deine Mutter ist auch Pech. Ja. Minus fünf Sterne. Unfair. Ja, komm. Ich muss gewinnen. Ich muss mal, ich muss den Titel verteidigen. Boah, die ist so dumm. Weißt du, Minus fünf Sterne und Bowserfeld. Sie gleich schon werden durch Sterne. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wir können auch alle drunter leiden, ne? Das ist gar nicht gut. Ha, 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 ha. Du gewinnst... Kämpft um die Hälfte... Nein! Jeder muss um die Hälfte unserer Mini-Sterne kämpfen. Ja, ja, also ich werd schon mal nicht Erster. Okay, ich glaube jedem Spieler Sterne. Motherfucker. Ja, das ist fett. Das ist fett. Also wer das gewinnt, der hat's. Gewonnen. Ja. Okay, rauft euch um diese Mini-Sterne. Ich boxe alle zusammen. Ich fixe, ich rasier sie. Jeder soll die dissen. Wenn es soweit ist, mach ich einen Dis-Track. Oh, nicht das dritte. Oh, nein! Das ist scheiße schwer. Das macht man da. Ja, Schnellboot-Raserei. Fährt mal da lang, oder? Ja, guck mal, der erst kriegt 37. Ach, fick mir, Alter. So. Mach mal. Nee, noch nicht. Erhöhe deine Geschwindigkeit durch wiederholtes... ...drücken von 2. Oh, nee. Und weiche den Iglux aus. Was ist Iglux? Ja, egal. Ja, guck mal, schon Stachelfische. Ja, okay, fang an. Aber guck mal, was für Pace sie bekommen. Und wenn du so einen Iglux triffst, verlierst du Pace. Ja. Also du darfst auch nicht übertreiben mit dem Pace. Komm, 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 fahr, 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 f oh yeah oh ja damals das war gestillt das muss man schon zugeben aber der anfang nicht der trick da ist du darfst nicht so viel pace haben ja ja egal ja du kriegst auch 18 egal dann gewinnst 37 das ist das heavy das ist fett wie viele sterne habe ich jetzt 16 61 schon 22 vorsprung lieber schon wieder ein pauser fällt stell vor noch mal so ein spiel du kriegst ja aber ich habe das so oft probiert du verlierst die hälfte war ja dann kannst du ja sogar zweiter werden ja das letzte mal bist du vierter geworden also ja wow der verliert sechs mann der ist jetzt vierter also wer hinter daisy ist das ist schon bitter mehr als vario jetzt als ob es fängt schon richtig als 11 16 habe hier locker ist ich habe immer angst dass die kontrolle aussagen schmeißen das ist nicht mehr weit bis zum ziel willst du vorlesen sehen wir uns mal an wie viel mini sterne alle haben der damals rasiert ja spieler auf dem letzten platz ja was ist er kein skill wenn man sieben sterne muss man sich stehen ja aber das spiel hat mehr glück das hat mehr mit glück als verstanden zu tun ja ja du kriegst doch ja ich bin auch nie kein wechsel was heißt wechsel was hat er gegen mich du bist du fragst auch noch sechs jahre am arsch jetzt kann er noch aufholen der pisser aber bowser fällt nur nicht mal bowser fällt jetzt kriegst du noch eine gruselige ja jetzt kriegst du noch von anderen paar sterne geschenkt aber hoffentlich von dir ne kein bock wenn das passiert ich box alles zusammen ne habe ich keinen bock drauf das ist so eine kacke oh ich bin bei luigi ja wenn wenn die hälfte wie viel ja komm ja weißt du fünf sterne sind zu viel warum nicht zehn ja jetzt auch die hälfte haben können also die hälfte gehabt ne ich würde die aufnahme abbrechen ist mir egal also das ist doch kacke das spiel es sind nichts mehr mit können zu tun ich würde die aufnahme abbrechen hier ist wirklich so halt da kommen beim jungen jetzt kriegst du wenigstens zene hat kommen zehn sterne und das ist gehen und verdient ist mir egal der boss kommt ja das ist nicht der bus aber es ist hier hätte ich auch eine chance zu gewinnen ich weiß nein kommen aber auch nein nicht wieder dieses jura new bombard domo 15 sterne ja ich muss die folge immer noch synchronisieren aber auch irgendwie ja wie start gleich mit bogen haben wir das mal schon gemacht ja das ist ein homo spiel für mich weiter auf einmal sind wir wieder im pilzpack oder was ja wo ist meine hand du musst nur a drücken go 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 ich habe überhaupt keine geworfen sakurino und ein oma und ein oho hoch und das ist gehen das ist gehen der thomas gilt hier gerade nein ich mag das spiel nicht so kommen auch weiter wer 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 war war ja barrio im bistritte sein ich nicht vor dem sieben und nach dem ihr gesagt bisher du bist auf heute ist sie wollen wir haben sie vor dem sieben schocht gut sonst nicht der vor den ach vergisst es schiff hier hat um sie ist auch bei den pilz der seine ich habe mir vorgenommen ich werde alles gewinnen ja nächstes mal gewinne ich man ja man darf ja wohl träumen dürfen ja jetzt kriegen noch einen feinen stern das wäre nice aber minus stern mit daisy wahrscheinlich gewinnen ja immer gibt es die minus stern es gibt als warum du hast doch sterne bekommen der minister denkt man auch wenn du hast am meisten minus sterne bekommen deswegen kriegst du jetzt sterne jetzt gewinne ich ja du verdienst gar keine doch kommen wir ja zwei sterne am arsch also bei mario party 8 gab es 500.000 alter und jetzt zwei ja aber sechs bis sieben ja wer gewinnt in wohl ich frage mich wer gewinnt immer was dann gibt es heute tot i believe i can fly okers im albany wei can touch so ich bin der superstar und rasiale mit meinem pilzkopf mario party punkte 91 zu 64 war aber auch nicht schlecht finde ich nur war in ordnung also im gegensatz zur letzten runde war noch nicht ziemlich rasiert willst du den schluss machen was sollte man für sagen und das war es heute von ja das war es dann mit der heutigen folge wenn ich das video gefallen hat ja was doch hier noch um da wenn ihr kein mario mehr verpacken ja mario mehr verpassen weil kein mario party mehr verpassen wollt würden wir uns sehr über ein freundlich bis zum nächsten mal homies tschau